Wie integriere ich das Saxophonspielen in meinen Alltag? Du kennst das. Der Tag war anstrengend. Und jetzt noch üben? Also, wenn ich an das Saxophonspielen denke, habe ich total Lust drauf. Aber wenn ich an das Üben denke, dann saugt mir das meine letzte Energie raus. Nee, das wird heute nichts mehr. Damit daraus keine Mission Impossible wird, schau dir dieses Video an. Ich kann das total nachvollziehen. Das Saxophon ist eben ein körperliches Instrument. Schon das Hineinblasen kann anstrengend sein. Deshalb funktioniert auch das Einfach-Drauf-Losspielen nicht. Das Saxophon wird quietschen und blöken. Und darauf hast du sicher gar keine Lust. Auch für den Kopf kann es anstrengend sein. Du ahnst jetzt schon, dass du beim Üben gleich an einen Punkt kommst, wo du womöglich nicht mehr weiter weißt. Allein der Gedanke daran macht schon müde. Was also tun? Entwickele deine Überoutine. Mit einer Überoutine wird die Überwindungsschwelle zum Üben viel kleiner. Mit einer Überoutine kannst du auch dafür sorgen, dass du jedes Mal ein Erfolgserlebnis hast. Und das macht Spaß und motiviert. Wie das geht, das erfährst du jetzt. Eine Überoutine zu entwickeln, heißt zunächst, dass du dir klar machst, was du wie übst. Dadurch wird dein Üben viel effektiver. Eine Überoutine bedeutet auch, dass du weißt, wann deine besten Zeiten zum Üben sind. Ein erfüllendes und erfolgreiches Ergebnis hängt ganz stark davon ab, was du wann übst. Lass uns erst einmal anschauen, wie dein Üben im Idealfall aussehen könnte. Also Idealfall, das bedeutet für mich, dass du alle Zeit der Welt hast, um dich ausschließlich mit deinem Saxophonklang und deinem Lieblingsstück zu beschäftigen. Traumhaft. Ich habe bewusst zwischen Saxophon und Lieblingsstück getrennt. Denn für das Üben macht es auf jeden Fall Sinn, saxophonistisches und musikalisches extra zu trainieren und zu spielen. Du möchtest, dass dein Saxophon das macht, was du willst und willst auf gar keinen Fall von einem herausplatzenden Ton überrascht werden. Deshalb solltest du nach und nach die Tücken deines Instrumentes kennenlernen. Claude Debussy, der große Komponist des 20. Jahrhunderts, nannte das Saxophon ein Rohrblatttier. Wohl weil es knarzen, quietschen, blöken und sonstige, räudigen Geräusche von sich geben kann. Es gilt also, das Saxophon zu zähmen. Doch wie geht das? Du und ich, wir beide lieben das Saxophon. Vor allem auch wegen seines Klanges. Doch ist dir wirklich bewusst, dass der Saxophon-Klang ausschließlich in dir, in deinem eigenen Körper entsteht? Deshalb musst du nicht nur die Tücken deines Instrumentes kennenlernen, sondern auch deinen eigenen Klangkörper bewusst steuern können. Das erfordert eine differenzierte Körperwahrnehmung und die zu entwickeln, das dauert Jahre. Das endet eigentlich nie. Oh, jetzt habe ich aber etwas gesagt. Die sogenannten Saxophon-Basics. Ich nenne sie übrigens lieber Geschmeidigkeitsübungen. Sind also keine Grundlagen, die du als Anfängerin oder Anfänger irgendwann einmal hörst und dann abhackst, sondern sie sind Work in Progress. Die Geschmeidigkeitsübungen sind absolut vergleichbar mit einem Fitnessprogramm eines Sportlers. Ein Fußballer zum Beispiel, der trainiert Ausdauer, Geschwindigkeit, Dehnbarkeit, Kraft. Alles, um dann auf dem Platz mit dem Ball Spaß und Erfolg zu haben. Die Geschmeidigkeitsübungen erfordern also wie das Athletikprogramm eines Sportlers ein stetiges und dauerhaftes Training und ein immer tieferes Hineinspülen in deinen eigenen Klangkörper. Je differenzierter du deinen eigenen Körper wahrnehmen kannst, desto geschmeidiger wird dein Saxophonklang. Dieses Üben braucht also Regelmäßigkeit und eine wache und nach innen gerichtete Aufmerksamkeit. Dieses Üben macht also nur dann Sinn, wenn du diese Konzentration auch aufbringen kannst. Deshalb kann das eine eigene Übeeinheit in deiner Überoutine sein. Die Geschmeidigkeitsübungen laufen immer nach demselben Grundschema ab. Das sind lange Töne, Oktaven, Intervalle und Tonleitern. Beispiele hast du gerade im Hintergrund gehört. Du kannst diese vier Teile beliebig variieren und ausdehnen. Und auch für dein Stück gibt es eine Überoutine. Du beginnst mit den Einspielübungen. Das sind die vier Teile aus den Geschmeidigkeitsübungen, jedoch stark verkürzt. Da reichen schon fünf Minuten. Und du übernimmst Noten und Stellen aus deinem aktuellen Stück. Dann bist du aufgewärmt und kannst mit deinem Stück beginnen. Und da heißt deine Routine Übefahrplan. Eine genaue Erklärung kannst du unten in der Videobeschreibung downloaden. Melde dich zu meinem Newsletter an und erhalte direkt den Übefahrplan zum Herunterladen. Der Übefahrplan ist eine Betriebsanleitung, eine Gebrauchsanweisung zum Einstudieren von Stücken. Und das Beste daran ist, er gilt für jede Art von Musik. Egal ob Klassik, Jazz, Rock, Pop. Er zeigt dir, wie du beim Üben vorgehst. Du bestimmst zunächst in deinem Stück die Abschnitte, die du der Reihe nach übst. Ein Abschnitt geht meist von einem Atemzeichen bis zum nächsten Atemzeichen. Dann klärst du Abschnitt für Abschnitt der Reihe nach die Tonhöhe, den Rhythmus, den Puls, die Artikulation, das ist die Zungenbewegung, die Dynamik, die Lautstärke und schließlich zuletzt das Tempo. Um den Übefahrplan mit Leben zu füllen, ist es total hilfreich, wenn du weißt, wo du stehst. Schau dir deshalb auch das Video Weißt du, was du kannst? aus derselben Playlist an. Jetzt wirst du denken, wann bitte soll ich das alles unterbringen? Mir ist total klar, dass diese ideale inhaltliche Routine nicht besonders alltagstauglich ist. Deshalb macht es total Sinn, den Inhalt aufzuteilen, zum Beispiel in Geschmeidigkeitsübungen und Üben am Stück. Dann kannst du beides in der Dauer anpassen. Schließlich bestimmt der Alltag dein Leben und da soll das Saxophon irgendwie hineinpassen. Wie findest du also heraus, was du wann am besten üben kannst? Was bist du für ein Typ? Bist du Frühaufsteherin oder Morgenmuffel? Bist du nachtaktiv oder nachtruhend? Wie sieht dein Tagesablauf aus? Hast du einen festen Tagesablauf, weil du Schülerin bist oder angestellt? Oder kannst du über deine Zeit frei verfügen, weil du selbstständig bist oder dein Berufsleben schon hinter dir hast? Ich persönlich arbeite am besten zu Tagesbeginn. Da bin ich noch frisch und kann mich auf ein Thema einlassen. Ich habe da so meine Morgenroutine entwickelt und dann kann ich richtig gut starten. Geht es dir ähnlich? Wie wäre es, wenn du an manchen Tagen das Saxophon-Spielen zu einer Morgenroutine machst? Da reichen ja schon 10 bis 15 Minuten mit den Geschmeidigkeitsübungen. Da arbeitest du mit deinem Körper, an deinem Luftstrom zum Beispiel. Und das macht frisch für den restlichen Tag. Die Geschmeidigkeitsübungen könntest du auch in deinem beruflichen Alltag in einer Pause machen. Das macht den Kopf frei. Wenn ich vormittags mit Terminen belegt bin, dann ist meine nächste Primetime so gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr. Da ist mein Mittagsloch vorbei und ich kann mich wieder voll auf ein Thema einlassen. Da kümmere ich mich zum Beispiel um die Orchesterstimme oder das Solo, das ich in der nächsten Bandprobe spielen möchte. Diese Übereinheit könnte auch am Samstag oder Sonntagvormittag stattfinden, um mir mal so richtig Zeit zu nehmen. Wenn ich aber unbedingt heute noch üben muss, weil am Wochenende die nächste Probe stattfindet, dann reichen auch 10 Minuten und die bringe ich spontan auch noch vor oder nach dem Abendessen unter. Schau mal in dieses Video rein. Keine Zeit. Da erfährst du, was du in 10 Minuten Sinnvolles üben kannst. Ich sorge auf jeden Fall dafür, dass ich in dieser kurzen Zeit ein Erfolgserlebnis habe. Und das erreiche ich, wenn ich mich nur auf eine Stelle oder einen ganz bestimmten Übergang in dem Stück konzentriere. Das sind meine Zeiten und die passenden Inhalte. Du kannst am besten dich selbst einschätzen, wann deine Primetime ist. Ob du eine Morgenroutine oder eher den Tagesausklang suchst. Ob vielleicht sogar ein Erfrischungsprogramm während des Tages für dich Sinn macht. Klingt das alles zu professionell? Schließlich soll es ja Spaß machen. Doch genau darum geht es. Ich glaube, dass du nur mit einer bewussten Überoutine dauerhaft mit deinem Instrument Spaß haben wirst. Und ja, die beste Überoutine zu entwickeln, das ist schwer. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass du dafür Hilfe brauchst. Sprich deshalb mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer darüber, wie für dich deine persönliche Überoutine aussehen könnte. Schreibe mir auch gerne unten in den Kommentaren, wie deine aktuelle Übelsituation aussieht oder stelle mir Fragen zum Thema Überoutine. Noch ein Tipp. Teste immer wieder verschiedene Uhrzeiten, Dauern und entsprechende Inhalte und nimm dir für diesen Entwicklungsprozess zwei bis drei Monate Zeit. Denn jetzt kommt der Wermutstropfen. Jeder noch so schöne Plan wird irgendwann versagen. Und vielleicht ist es schon der zweite Termin, den du dir so schön gelegt hast, der dann nicht klappt. Deshalb möchte ich dir dieses Video ans Herz legen. Der Übekiller Nummer eins. Darin beschreibe ich, wie wichtig es ist, zu wissen, was du als nächstes üben kannst und wie die Unterstützung aussehen könnte, damit du nicht alleine dastehst. Ohne Plan kommst du auf gar keinen Fall vorwärts. Mache also jetzt deinen ersten Schritt und probiere deine neue Überoutine aus. Feiere jedes noch so kleine Erfolgserlebnis und habe Spaß mit dem Saxophon. Das ist mein größter Wunsch für dich. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.